Was halt extrem strapazierend ist, ist, wenn du einen Menschen um dich herum hast, dem du ständig anscheinend erklären musst, wie man mit dir umzugehen hat. Und das findest du immer wieder bei toxischen oder narzisstischen Menschen. Dieses Verhalten. Sie gehen mit dir scheiße um, du versuchst ihnen zu sagen, wie man mit dir umzugehen hat, wie man generell mit Menschen umzugehen hat, dass dieses Verhalten einfach nicht geht. Sie gehen dem Ganzen aus dem Weg, geben dir die Schuld. Und es passiert immer und immer und immer und immer wieder. Und dadurch entsteht auch dieser Dramabund, indem du dann auch als Kind die Rolle des Elternteils übernimmst, den Eltern erzählst, wie man mit dir umgeht, wie Respekt herrschen muss, dass ihr Verhalten respektlos ist oder sonst was, sodass du quasi vielleicht sogar noch andere Familienmitglieder in Schutz nimmst, vor deinen Eltern vielleicht. sie werden extrem wütend beispielsweise, verlieren sich wieder komplett, du bekommst Angst davor oder sonst was oder du erkennst einfach, was eher der Fall ist, wie ich es kennengelernt habe, du erkennst einfach, dass diese Dynamik, diese Art von Erziehung, Erziehung, diese Art von Umgang einfach nicht richtig ist und du merkst, wie auf einmal deine Geschwister oder deine Schwester, dein Bruder, dein Cousin, wer auch immer, irgendwie schlecht behandelt wird und du denkst, du musst etwas sagen und du sagst etwas dazu und sagst, ey, das geht nicht, wie ihr gerade hier so umgeht, mit XY und versuchst, das Ganze zu klären und es scheint immer so, wie als müsstest du diesen Menschen erklären, wie man mit Menschen umgeht, wie Respekt sein sollte, wie der Umgang sein sollte und das raubt einem extremst die Energie und es frustriert einen zu sehen, dass ausgewachsene Menschen, ja, ausgewachsene Kinder nenne ich es, weil es sind nicht Erwachsene, es sind ausgewachsene übergroße Kinder, diese Narzissten, es frustriert einfach zu sehen, dass sie einfach nicht dazulernen, sie behandeln dich immer und immer und immer wieder falsch und wenn du ihnen sagst, so, ey, dieses Verhalten war gerade nicht richtig, dann reagieren sie auch wie Kinder, hey, immer hast du was Negatives zu sagen, immer meckerst du nur rum und alles mache ich falsch und ey, wir machen ja auch nie was richtig und dann diese diese dummen Entschuldigungen, wir sind doch auch nur Menschen und ich sehe es auch hier in den Kommentaren, so, sowas wie, ja, wir sind doch alles nur Menschen, wir sind nicht daran schuld, jeder ist so wie er ist, das ist keine Entschuldigung, jeder ist dazu verpflichtet, sich selbst nicht nur zu bearbeiten, sondern an sich zu arbeiten, wenn er merkt, okay, ich habe etwas Falsches getan, liegt es an mir, das zu beheben, aber dann zu sagen, ja, wir sind ja alles Menschen und wir machen Fehler und ja, wir machen Fehler und ja, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, trotzdem ist das nicht die Entschuldigung dafür, ein schlechtes Verhalten an den Tag zu legen, Menschen auszunutzen, Menschen zu beleidigen, Menschen fertig zu machen, die Statue aufzubauen, indem du andere abbaust, fertig machst, das ist keine Art, die du entschuldigen kannst, aber diese Menschen werden immer kommen, auch hier in den Kommentaren, wie ich es schon öfters jetzt schon gelesen habe, ja, man sollte immer zuerst an sich denken und was weiß ich, bevor man andere irgendwie verurteilt und ich verurteile niemanden, nur ich sage so, wie es ist, weil das, was ich hier sage, offen, sage ich auch selbst zu mir, also ich bin immer ehrlich zu mir, und wenn du dann so etwas schreibst, wie, ja, wir sind ja nur Menschen und wir machen Fehler und das ist, das ist keine Entschuldigung, das kann vielleicht ein Kind sagen, so, ja, das ist ein Kind, ist ja auch nur ein Mensch, es macht Fehler, es muss noch viel lernen, aber ein Erwachsener sollte irgendwann mal verstehen, was wichtig und was falsch ist, wie der Umgang sein sollte und wie er nicht sein sollte, deswegen, steh gerade für deine Aktionen und hör auf mit diesen groben Entschuldigungen, die keine Entschuldigungen sind, nur damit du deinem Fehlverhalten aus dem Weg gehen kannst und das ist, warum du vielleicht das Gefühl hast, dass du diesen Menschen immer erklären musst, immer, immer, du musst ihnen immer erklären anscheinend, wie man mit dir und mit anderen umzugehen hat und auch, wenn du dann quasi das Kind bist, ja, du bist vielleicht das Kind und du wirst ja immer Kind sein, dein Vater wird immer dein Vater sein, das heißt, du kannst ja auch 25 sein und trotzdem kommen sie und versuchen dich zu manipulieren und du sagst ihnen, ey, ich hab jetzt meine eigene Wohnung, ihr braucht nicht die ganze Zeit zu kommen und da versuchen, euch so wichtig zu machen und mir beim Haushalt zu helfen oder sonst irgendwas, ich kann das auch alleine, kommt einfach nur hierher und genießt die Zeit mit mir, aber sie werden das nicht respektieren, deine Barrieren, deine Grenzen, dass es dein Haus ist. Sie kommen und machen sich wichtig und putzen dann auf einmal darum und anstatt Zeit mit dir zu verbringen, wollen sie dir die Arbeit wegnehmen, damit sie wieder das Gefühl haben, beispielsweise, das ist jetzt nur ein dummes Beispiel, damit sie das Gefühl haben, dass du sie immer noch brauchst, dass sie immer noch so eine große Rolle in deinem Leben zu spielen haben oder spielen müssen oder was auch immer, so ist jetzt nur, das ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber das ist mir gerade so in den Kopf gekommen, so sie lieben es, sich wichtig zu machen und diese Wichtigtuerei ist oftmals sehr problematisch, weil sie dann auf einmal so dir auch sagen ins Gesicht, so ey, du kannst ja gar nichts, ohne mich kommst du nicht klar und was weiß ich alles und du sagst ihnen, ey, guck mal, was ich alles mache, ich mach das, 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 das ich hab dich nie um Hilfe gefragt, was, was willst du von mir, so deswegen hör auf, das Ganze, ich tu nur auf, dich zu rechtfertigen, sag ich dir nur ehrlich, ähm, wenn du merkst, dass sie dich grob behandeln, schlecht behandeln, falsch behandeln, kannst du natürlich sagen, so ey, das geht nicht, aber wenn diese Menschen es einfach nicht verstehen wollen, ist das Beste, was du tun kannst, einfach, sie zu ignorieren, sie links liegen zu lassen, dein Leben weiterzuleben und den Kontakt auf ein Minimum halten, wenn es die eigene Familie ist, wenn es sich nicht irgendwie, ähm, wenn du dem Ganzen nicht wirklich 100% aus dem Weg gehen kannst, weil es vielleicht deine Familie ist, dein Vater ist, oder sonst irgendwer und so, ich kann es verstehen, dann halte den Kontakt auf ein Minimum, weil der ständige Konflikt, der dann entsteht, wo du dann sagen musst, so wie man dich behandelt, das ist einfach, zu zeitintensiv, um es zu vergeuden für diese Menschen, weil die werden, die werden es nie verstehen, die werden immer Fehler machen, die werden immer über deine Grenzen gehen, das heißt, du sagst ihnen, das Verhalten war falsch und trotzdem finden sie wieder einen Weg, wie sie dich wieder verletzen können und dann finden sie wieder einen Weg und wieder einen Weg und wieder einen Weg und das ist alles bewusst, sie gehen extra über deine Grenzen, um irgendwie sich wichtig zu fühlen, damit sie wieder ein Gesprächsthema haben, anstatt wirklich ein guter Mensch zu sein, wählen sie den Weg des schlechten Menschen und wollen extra dich provozieren, dich reizen, dich ausnutzen, was auch immer, was sie tun und du sagst ihnen dann, ey, hör doch auf, mich zu provozieren, ich sehe doch, was du machen willst, so, es juckt mich nicht mal, aber hör einfach auf, so, dann merken sie, dann geht diese Taktik nicht mehr, dann machen sie etwas anderes und dann sagst du wieder, ich hab dir doch gesagt, hör doch auf damit, das ist unnötig, so, ich hab's durchschaut, ich weiß, was du tust, immer dies, immer das, immer jenes und dann wieder was anderes, die finden immer was Neues, immer eine neue Strategie, die lassen es nie sein, deswegen, und ich hab das Beispiel ja auch gemacht, du ziehst jetzt beispielsweise aus, es kam vielleicht auch da, zu einem Streit oder sonst irgendwas, weil sie einfach dann, dich jetzt verlieren oder sonst irgendwas oder was weiß ich, was in ihrem Kopf vorgeht und sie wollen dich nicht gehen lassen, du hast aber endlich entschieden zu gehen und dann trotzdem, wenn du sie einlädst oder wenn sie sich einfach einladen zu dir, wir kommen heute mal vorbei, so, dann auf einmal, wenn sie vorbeikommen, machen sie sich wieder wichtig und machen irgendwie deinen Haushalt und nehmen dir die Arbeit weg, obwohl du das Ganze selbst machen willst, du bist ja endlich mal ausgezogen und stehst mit beiden Beinen im Leben, nur weil sie es nicht einsehen können und einsehen wollen, werden sie dann so machen, wie als würdest du immer noch das kleine Kind sein, das nicht selbst klarkommt und werden dir dann irgendwie Arbeit wegnehmen wollen, nicht um irgendwie ein guter Vater zu sein, um eine gute Mutter zu sein, nein, nur um zu zeigen, so ey, du brauchst mich immer noch, damit sie sich gut fühlen, beispielsweise, wie gesagt, ist nur ein blödes Beispiel, aber das ist eine Art, so und du sagst beispielsweise jedes Mal so, ey, ihr müsst das nicht tun, ich kann das selbst, wie das ein Kind beispielsweise irgendwann auch seinem Vater sagt, so, mach mir jetzt mal die Stützräder ab, ich kann Fahrrad fahren, der sagt, nein, aber du musst das, du kannst das noch nicht und bla bla und nimmt dich einfach nicht ernst und du versuchst deinem Vater zu erzählen, so ey, ich kann das, ich hab das drauf und sie geben dir immer das Gefühl, dass du irgendwie nicht genug bist und du versuchst dann, ihnen zu zeigen, dass du genug bist und das ist alles zu Zeiten, das ist die, zeitintensiv, das vergeudest deine kostbare Zeit, deswegen, in diesem Sinne, was kann ich dazu noch sagen, bewahre deinen Frieden, mach dir selbst klar, was du kannst, was du nicht kannst, natürlich auch, aber was du kannst, was du drauf hast und lass dich nicht irgendwie manipulieren, lass dich nicht irgendwie negativ stimmen, nur weil sie dann sagen, ah, du hast das aber nicht drauf, du hast dies aber nicht drauf, obwohl du weißt, dass du es drauf hast, so, das ist auch alles Gaslighting, Manipulation und was weiß ich, damit sie sich wieder besser fühlen, damit sie sich wieder wichtig fühlen, so irgendwie um, um dich, damit, sie machen dich klein, um sich selbst groß zu fühlen, du sagst ihnen, ey, du brauchst nicht zu kommen und zu sagen, was ich nicht kann, ich weiß ganz genau, was ich kann, aber wie gesagt, je mehr du Zeit damit vergeudest, geht dir Zeit verloren und Energie noch viel mehr, deswegen, mach dir selbst klar, was deine Grenzen sind, und lass sie nicht mehr übertreten, das heißt, wenn sie das nächste Mal kommen und übertreten diese Grenzen, mach klipp und klar, sag klipp und klar deine Grenzen und lass sie dann wirklich nicht mehr, lass es nicht mehr zu, dass sie deine Grenzen übertreten, indem du einfach dann wirklich dich entziehst, sie komplett links liegen lässt, dein Ding machst, und ihnen zeigst du, mit mir macht man das nicht, ich habe was besseres verdient, ich lasse das nicht mehr zu, dass du mich so behandelst, du kannst einmal, zweimal, dreimal, dasselbe sagen, so ey, so wie du mit mir umgehst, das ist nicht richtig, aber ein viertes, fünftes, zehntes Mal gibt es nicht, das sollte es nicht mehr geben, weil das ist Zeitverschwendung, wenn jemand das nicht verstehen will, lass ihn gehen, lass ihn gehen, auch wenn sie immer wieder versuchen, zurückzukommen, du kannst sie auf einem gewissen Grad zurücknehmen, kannst sagen so, ja komm, wir verbringen jetzt diese Zeit, aber halt es oberflächlich, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn es deine Familie ist, und du willst nicht loslassen, so bla bla bla, kann ich zum Teil verstehen, nur trotzdem sage ich dir, um dich selbst zu schützen, geh nicht auf ihre Manipulationen ein, wenn sie dann versuchen, sich wichtig zu machen, und du versuchst dann, irgendwie für dich gerade zu stehen, und dann zu zeigen, so, dass du es drauf hast, und was weiß ich alles, sie sind wie kleine Kinder, sie müssen sich immer beweisen, und dir es beweisen, und was auch immer, deswegen habe ich auch gesagt, sie sind übergroße Kinder, es ist einfach so, wie es ist, es ist so, wie ich sage, sie sind übergroße Kinder, du kannst ihnen noch so oft sagen, dass sie etwas falsch tun, sie werden es trotzdem immer und immer und immer wieder tun, weil sie einfach dieses Kind in sich haben, das immer Grenzen überschreiten will und muss, deswegen, in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video, ich hoffe, ich konnte dir helfen, und wenn es dazu Fragen geben sollte, ich denke, das war jetzt kein perfektes Video, hätte man noch ein bisschen anders formulieren können, alles, bin ich mir bewusst, aber ich denke, ich werde besser durch die Zeit, über die Zeit, und ja, ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen Freestyle gemacht, habe den Gedanken so bekommen, so, weil ich einfach daran gedacht habe, oftmals muss man denen einfach so sagen, wie man behandelt werden will, so, weil sie es einfach nicht verstehen werden, und sie werden es immer nicht verstehen, sie werden es immer ignorieren, deswegen entschuldige mich, wenn es so ein Hin und Her Video war, von dem Thema zu dem Thema, aber es ist so wie es ist, du kannst niemanden, meiner Meinung nach, dazu bringen, dich gut zu behandeln, entweder behandelt dich jemand gut, oder er behandelt dich schlecht, und dann musst du das Ganze akzeptieren, deswegen, in diesem Sinne, Peace out.